Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Juhu, der Winter hat richtig Einzug gehalten. Wir haben ordentlich Schnee gekriegt und kalt ist es auch geworden. Es sind jetzt gerade aktuell minus 14 Grad. Na ja, zieht man sich ein bisschen dicker an. Habe mir mein Bike geschnappt und habe mich mal auf den Weg hoch in den Rheinertswald gemacht. Werde auch mal die Drohnen jetzt vor dem Wetter fliegen lassen und dann mal schauen, was sich hier heute so ergibt. Also. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier ist besser. Nein! Und das sieht alles mit dem Schnee auf den Bäumen so aus. Und eigentlich bin ich ganz hoch im Wald. Aber es ist nichts geräumt, logischerweise. Und zumindest nicht hier oben. Wollte ich mal gucken, ob ich so weit komme, wie ich möchte. Es war so schwer voranzukommen, dass ich dann doch ganz schnell aufgegeben habe. Eigentlich wollte ich an einem Punkt oben im Wald, ungefähr sechs Kilometer entfernt. Aber nee, ging gar nicht. Also nochmal schnell die Drohne rausgeholt. Was ist das? 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin dann weitergefahren und auf dem Geräumten ließ es dann doch ganz gut rollen. Leute, ist das kalt. Wie viel Schnee ist denn bei euch eigentlich runtergekommen? Seid ihr dann lieber mit dem Bike unterwegs gewesen, zu Fuß, oder habt ihr den Schlitten genommen? Ich habe gar keinen, also blieb mir auch gar nichts anderes übrig, als das Fahrrad zu nehmen. Könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei diesem tollen Wetter gemacht habt. Ich habe dann nochmal einen schönen Punkt entdeckt. Und die Sonnenstrahlen genutzt und noch einmal die Drohne steigen lassen. Und die Sonnenstrahlen genutzt und noch einmal die Drohne steigen lassen. Ich habe dann noch einmal die Drohne steigen lassen. Ich habe dann noch einmal die Drohne steigen lassen. Ich habe dann nur die Drohne steigen lassen. Und da der Akku langsam dem Ende zuging, war es mal an der Zeit zu landen. Sobald man diesen kleinen schmalen Streifen verliert, wird es schwierig. Und da der Hunger immer größer wurde, war es an der Zeit dann doch den Heimweg anzutreten. Frieren und Hunger, das ist nicht meine Kombination. Hehehe! 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 So, da sind wir leider schon am Ende von dem Video angekommen. hat viel spaß gemacht heute die gopro hat mitgemacht die drohne auch sehr gut mir hat viel spaß gemacht auch wenn ich jetzt so langsam ein bisschen einfriere für mich geht es jetzt zurück ja hat euch das ganze gefallen lasst doch gerne mal ein like da kommentiert mal wie ihr das hier mit dem schnee findet und seid ihr neu bei mir und wollt keine weiteren videos verpassen einfach den abo button drücken und ich sag einfach mal bis zum nächsten mal bleibt gesund passt auf euch auf